Lehre und Forschung Lichtenberg befasste sich mit naturwissenschaftlichen Themen auf breiter Ebene, unter anderem mit der Geodäsie, Meteorologie, Astronomie und Chemie. Als Lehrer war er wegweisend. Er hielt nicht trockene Vorlesungen im Stil der Zeit ab, sondern würzte sie mit praktischen Vorführungen. Mit fliegenden Drachen führte er seinen Studenten die Gewitterelektrizität vor. Mit gasgefüllten Schweinsblasen nahm er die Ballonfahrt vorweg. Als Forscher führte er, Benjamin Franklin folgend, in der Elektrizitätslehre die Begriffe positive und negative Elektrizität ein. Sein Geschick als Experimentalphysiker stellte er mit der Entwicklung eines 2,5 Quadratmeter großen Elektrophors unter Beweis. Mit dieser Influenzmaschine konnte er sehr hohe Spannungen erzeugen und Funken bis zu 40 cm Länge hervorrufen. 1777 entdeckte er auf dem Staub einer Isolierplatte des Elektrophors sternförmige Muster, die als Lichtenbergfiguren bezeichnet werden. Er führte als erster den von Benjamin Franklin erfundenen Blitzableiter in Göttingen und als einer der ersten in Deutschland ein, in dem er 1780 und 1794 seine Gartenhäuser mit einem solchen Furchtableiter, wie er ihn nannte, versah. Über seine naturwissenschaftlichen Entdeckungen hinaus ist der Aufklärer Georg Christoph Lichtenberg durch seine von Autoritäten unabhängige, kritisch-analytische Denkweise und die Betonung des Experiments in der Physik einer der wichtigsten Begründer der modernen naturwissenschaftlichen Methodik. Je mehr sich bei der Erforschung der Natur die Erfahrungen und Versuche häufen, desto schwankender werden die Theorien. Es ist aber immer gut, sie nicht gleich deswegen aufzugeben. Denn jede Hypothese, die gut war, dient wenigstens die Erscheinungen bis auf ihre Zeit gehörig zusammen zu denken und zu behalten. Man sollte die widersprechenden Erfahrungen besonders niederlegen, bis sie sich hinlänglich angehäuft haben, um es der Mühe wert zu sein, ein neues Gebäude aufzuführen. Lichtenberg, Sudelbuch J2-1602 Der unter anderem von Kant und Spinoza beeinflusste Lichtenberg gilt als klassischer Vertreter der Aufklärung. 1778 begann er seine später berühmte Hauptvorlesung Experimentalphysik. Der neue Demonstrationscharakter der Vorlesung, die bis zu seinem Tod hielt, machten ihn über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Ab 1784 übernahm er die Herausgabe des Lehrbuchs Anfangsgründe der Naturlehre seines Freundes Johann Christian Erxleben, der 1777 früh verstorben war. Bis 1794 erfolgten drei weitere Überarbeitungen. Die Anfangsgründe waren über Jahre hinweg das Standardwerk unter den Physiklehrbüchern im gesamten deutschsprachigen Raum. Außerdem war Lichtenberg seit 1777 Herausgeber des Göttinger Taschenkalenders. Darin publizierte er bis zu seinem Tod populärwissenschaftliche Darstellungen zu aktuellen naturwissenschaftlichen Neuigkeiten im Sinne der Aufklärung. Zum Beispiel über Gewitterfurcht und Blitzableitung. Manche seiner Aufsätze gelten als gelungene Literaturkritik. Auch gesundheitspolitische Themen wurden behandelt. So seine Forderung nach öffentlichen Seebädern, deren Vorzüge er 1774 in England kennengelernt hatte. Lichtenberg wurde 1771 von der Hannoverschen Regierung mit der geodätischen Vermessung von Hannover, Osnabrück und später auch Stade beauftragt. Die Position Göttingens war bereits hinreichend bekannt. Die Vermessungsreisen dauerten vom Dezember 1771 bis zum September 1773. Zwischenzeitlich besuchte Lichtenberg Hamburg und Helgoland. Die Ergebnisse dieser seiner einzigen größeren, auf astronomischen Beobachtungen beruhenden Arbeit erschienen 1777. Der Vergleich von Lichtenbergs Werten mit den Messungen von Gauss, einem Hörer Lichtenbergs, und Schumacher aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ergibt Abweichungen zwischen 7 und 15 Bogensekunden für die Breitenbestimmung, sowie deutlich größere Differenzen in der Längenbestimmung mit 6 bis 60 Bogensekunden. Lichtenberg war in Fachkreisen in ganz Deutschland und Europa bekannt und geschätzt und stand mit vielen Gelehrten im Briefwechsel. Er war Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaften in Göttingen, St. Petersburg oder London. Lichtenberg regte 1793 Schlattny zu dessen bahnbrechenden Theorien der Sternschnuppen, Feuerkugeln und Meteoriten an und förderte seine Schüler Benzenberg und Brandes bei ihrem Meteor-Beobachtungsprogramm. Bei seiner ärztlichen Kritik des Mesmerismus berief sich sein Schüler Hufeland auf »Meine gesunde lichtenbergsche Physik«. Auch Goethe bat Lichtenberg 1792 um dessen Meinung zu seiner Farbenlehre und hoffte vergeblich auf Anerkennung. »Meine gesunde lichtenbergsche Physik«. Untertitelung des ZDF, 2020